Hero Zero mit Pfadfinder Schilling. Jawohl, so einer bin ich richtig mit der heroischen Pfadfinder Uniform des Survival Künstlers. Ich weiß jetzt nicht, die habe ich jetzt schon recht lange. Puh, die gibt aber recht wenig Münzen im Verkauf. Ich sollte mich mal neu ausstatten. Jetzt auf Stufe 111 eine magische Zahl und Grund dafür ist, ich schaffe in letzter Zeit einige schwere Missionen nicht und das finde ich schon sehr schade, weil da gehen mir einige Erfahrungspunkte durch die Lappen. Und wenn man hier zum Beispiel sieht, okay das ist jetzt eine leichte, hier eine schwere, die gibt zwar gar nicht so viel, aber ich hatte auch schon schwere Missionen mit 7000 Münzen oder 2000 Erfahrungspunkten oder noch mehr. Und wenn man die dann nicht schafft oder die hier ist auch nicht so schlecht für eine schwere Mission. Ja, das ist dann doch schade, deswegen schaue ich mal vielleicht stärkere Wurfwaffen oder was es sonst noch so gibt. Ja, wer sagt es denn? Plus 8 schaden die Wurfwaffen, die werde ich mir dann später gleich kaufen. Jetzt kann ich noch einen Versuch wagen für die Heldentat, die mit den 1000 Attribut Punkten pro Attribut, pro Fähigkeit. 14 Tage aktiv, 14 von 20 Tagen, 170 Mal trainiert, Wurfwaffen schon fast 10.000 Mal verwendet und ich habe jetzt auch hier versucht, weil ich eben jetzt die Kampfmissionen so oft nicht geschafft habe, dass ich hier ein paar Zeitmissionen mache für die Heldentaten hier. 3 von 10 Mal hier zum Beispiel. Oder hier der Leuchtturm. Okay, nein, da gibt es einen Gegenstand, aber da gibt es auch einige genau hier mit 7100 Erfahrungspunkten, das lohnt auf jeden Fall. Leider muss man die hier 10 Mal gleich machen. 3 Fähigkeitspunkte auch nicht so schlecht. Die 1000 Münzen sind eher nicht so der Hit. Reiche Stufe 120. Ja, hier haben wir es. 1000 Punkte pro Fähigkeit. Also jetzt schaue ich nochmal, ob ich das irgendwie hingleistern kann. Kraft. Also an der Kraft mangelt es ja hauptsächlich. Deswegen schaue ich jetzt. Oh, aber das ist jetzt glaube ich nicht so gut, wenn ich mich hier umrüste, während ich gerade bei einer Kampfmission bin. Weil dann bin ich genau im schlechten Moment vielleicht so ausgerüstet und dann schaffe ich vielleicht den Gegner so gar nicht. So, die höchsten Spieler momentan. Stufe 113. Ich finde es wirklich spannend, wie schnell das mit der Stufe vorangeht. Also auf Level 100 gehen jetzt schon wirklich einige Spieler zu. Teamausbau. Jetzt auch schon die dritte. Gilde das dritte Team am Server. Aber die unbeschreiblichen und die Krümelmonster sind auf 99%. Da haben wir auch noch 91% die Observers. Und hier schon einige Teams richtig gut ausgebaut. So, auf Server 2. Genau. Und dann schauen wir in der Zwischenzeit mal auf Server 1, was sich hier so tut. Mein Schilling hier. Stufe 159. Da habe ich in letzter Zeit auch vorrangig, naja vorrangig möchte ich nicht sagen, aber wenn es sich ergab, ab und zu mal eine Quest mit Münzen gemacht. Hier zum Beispiel wieder. Das war eine schwere Quest und gab es 7000 Münzen. Ansonsten schaue ich hier, dass ich auch schon langsam die ganzen Heldentaten frei spiele. Ich habe hier zwar noch eine von der ersten Zone, aber die gibt nur 41 Münzen, deswegen ist mir die egal. So, die kann ich hier machen, aber 1500 Punkte pro Fähigkeit. Mal schauen, ob ich das hier schaffe. Mit der Kraft, Grips. Was habe ich hier? Ein Item mit Kraft. 1500, aber nein, wird sich wahrscheinlich mit der Kondition nicht ausgehen. Aber ich kämpfe auf jeden Fall mal meinem Mut hinunter. Für die Duelle. Jetzt habe ich schon länger nicht mehr gekämpft. Stufe 132. Der Plastikball. Wow! Volle Lebenspunkte. Da hatte ich ja mächtig viel Glück, dass ich immer ausgewichen bin. Stufe 120. Hier auf Server 1 schaue ich gar nicht so wirklich genau meinen Gegner an. Da orientiere ich mich hier immer an der Liste, die mir vorgeschlagen wird und suche mir irgendeinen Namen aus, der mir hier gerade sympathisch erscheint. Pansen. Auch geschafft. In letzter Zeit habe ich oft Donuts bekommen. Wer hier Duelle macht, bekommt nämlich auch Donuts. Allerdings bitte auch aufpassen, das ist nicht so gern gesehen in einigen Teams. Schätze ich mal, wenn man seine Teamkollegen angreift und wer hier nicht genau schaut und sich einfach ein Spieler raussucht, immer vorher schauen, ob der zum eigenen Team gehört oder nicht. Da habe ich jetzt noch Pantoffeln bekommen. Bei einem Duell. Also wie gesagt, Duelle lohnen sich richtig. Das macht richtig viel Spaß hier. Und die Pantoffeln sind sogar gar nicht so schlecht. Die rüste ich aus. Dafür den anderen Umhang. Und jetzt, wow, habe ich 2500 Intuition. Und jetzt muss ich was verkaufen sind. Sie ist mein Inventar voll, falls ich wieder ein neues Item bekomme. Und Wurfwaffen muss ich mir auch noch kaufen. So, jetzt habe ich wieder einiges an Münzen, die ich hier noch ein bisschen verbraten kann. Ja, und zur Mut gibt es auch noch etwas zu sagen, was ich nicht direkt am Anfang herausgefunden habe. Hier frischt sich ja die Mut wieder auf. Hier steht ja zum Beispiel freier Angriff in genau 10 Minuten insgesamt, wenn man die komplette Mut verbraucht hat. Sobald man dann aber 20 Mut aufgefüllt hat, dauert es nicht 10 Minuten bis hier auf 40 ist, weil dann dauert es länger. Dann dauert ein Punkt, glaube ich, 3 Minuten oder so. Und umgerechnet wären das dann 30 Minuten pro Duell. Das ist einfach dafür da, dass man zum Beispiel jetzt über Nacht seine Mut komplett ansammeln kann, beziehungsweise darf. Wenn man allerdings online ist, würde ich jedem raten, immer sofort, sobald es auf 20 Punkten ist, ein Duell zu starten, weil dann dauert es eben nur 10 Minuten, bis es wieder aufgefrischt ist. Andererseits eben, wie gesagt, pro Mutpunkt sogar 3 Minuten, das heißt insgesamt eine halbe Stunde. Immer den Mut direkt wegspielen, immer die Duelle direkt machen, sobald es eben wieder geht. So, hier auf Server 1 jetzt wieder ist die Mission fertig, wie ich gerade sehe. Jetzt schauen wir den 19 Kampf mal an, das war jetzt eine schwere Mission, bei denen schaue ich oft gerne zu und analysiere eben. Aber wirklich viel besser machen kann man sowieso nicht, weil sich der Gegner im Prinzip auf einen einstellt. Man kann eben nur Glück haben. Ich habe hier zum Beispiel 7,6 und 6,9 Prozent. Der Gegner immer 5 Prozent. Wenn man hier vielleicht einmal ausweicht oder einen kritischen Treffer macht, dann hat man schon ganz sicher gewonnen. Oder wenn man eine gute Wurfwaffe hat. Aber ansonsten ja, jetzt habe ich zum Beispiel kritisch getroffen und gleich nochmal. Das heißt, jetzt hatte ich Glück. Aber die schweren Gegner sind wirklich, wie der Name schon sagt, schwer. Und es kann auch gut sein, wenn man das am Ende des Tages ausrechnen würde, dass man vielleicht sogar die Hälfte aller Kämpfe nicht schaffen würde oder nicht geschafft hat. Da muss man eben schauen, was besser ist. Nehme ich jetzt zum Beispiel die und schaffe sie mit 50 Prozent nicht. Oder nehme ich hier zum Beispiel die 5 Minuten Quest und bekomme dafür nur 1000 Erfahrungspunkte. Da muss ehrlich gesagt jeder Spieler seine eigene Lösung finden. Ich habe es momentan so gemacht, ich nehme nicht jede schwere Quest an. Ab und zu schon. Auf jeden Fall, weil ohne den schweren Quests bleibt man auf der Strecke in der Rangliste. Aber ich nehme sicherlich nicht jede an. Vor allem, wenn ich zum Beispiel mal zwei hintereinander nicht geschafft habe, dann bevorzuge ich doch lieber die, zum Beispiel eine mittlere Quest. Mission abgeschlossen. Und gleich die nächste. Hier wieder eine schwere Quest. 9 Minuten für 4000 Erfahrungspunkte. Klingt gar nicht so schlecht. Und noch eine schwere Quest. Na gut, dann traue ich mich nochmal hier über die schwere Quest drüber. Und gebe hier noch einen Gripspunkt dazu. So. So weit, so gut. Und jetzt am Ende schauen wir uns noch den Teamkampf im Schnelldurchlauf an gegen Team J12. Team JXII. Zwölf weitere, die haben nur eine Trophäe oder ich glaube gar keine Trophäe. Das heißt, die starten immer mit voller Lebensenergie jeder Kämpfe von denen. Wir, da wir vier Trophäen haben, starten eben immer nur mit so einem kleinen Zipfelchen mehr. Insgesamt 30 Trophäen pro Server. Und wenn zum Beispiel der Server neu ist und es gibt noch keine Trophäen, dann bekommen eben die ersten 30 Teamkämpfe, die Gewinner, Trophäen. Und ab da kommen keine neuen mehr nach. Und dann muss man eben die Teams angreifen, die momentan noch Trophäen übrig haben. Und mit etwas Glück, wenn man den Kampf dann gewinnt, stiehlt man dem Verliererteam dann auch eine Trophäe. Aber pro Trophäe minus 15% der Lebenspunkte. Sechs weitere haben sie hier noch. Nerd Revolutionär. Passt gut irgendwie zum Stil von Hero Zero, weil die Missionen, wer sich mal die Missionstexte ein wenig durchgelesen hat. Das Spiel nimmt sich ja selber nicht mal so wirklich ernst, aber einfach total humorvoll. Wem langweilig ist, der kann sich irgendwann die ganzen Texte durchlesen. Das hängt auch alles zusammen. Story würde ich es jetzt nicht nennen, aber die Jojo-Düne und Korruption hier und dumme Nerds da und Bösewichte hier und so weiter. Ich bin schon gespannt auf neue Zonen. Die Jojo-Inseln kamen ja erst mit einem Update hinzu, ab Level 70. Sinn machen würde es für mich, wenn dann ab Level 100 zum Beispiel jetzt noch eine Zone dazukommen würde. Dann vielleicht ab Level 150 und die letzte Zone ab Level 250. Aber was ich so gehört habe, sollen ja jetzt auch bald Dungeons kommen. So wie zum Beispiel, wer Shakes & Fidget kennt, dort gibt es Dungeons, da tritt man dann gegen spezielle Gegner an, die etwas stärker sind und dann bessere Erfahrungspunkte geben zum Beispiel oder epische Items und so weiter und so fort. So, der Teamkampf ist gleich zu Ende. Es sieht ganz gut für uns aus. Hier noch Whitebeard, Rick und Wally, der Teamleiter von Team J12, dürfte Stufe knapp 80 sein oder ein bisschen drüber. Aber das sollten wir schaffen. Da sollten auch gar keine Melonen mehr zum Einsatz kommen und wie ich gerade sehe, glaube ich, haben Team J12 auch keine Melonen aufgeladen. Nein. Denn ansonsten würden die letzten fünf Spieler jeweils eine Melone werfen, die dann ordentlichen Schaden noch zusätzlich anrichtet. Wally, Stufe 78, die letzte Spielerin vom Teamkampf und dann ist er auch fertig. Jetzt bekomme ich eine Belohnung. Voraussetzung, man hat sich zum Teamkampf gemeldet. Wer sich nicht gemeldet hat, kämpft zwar als verteidigendes Team mit weniger Lebenspunkten mit, bekommt aber keine Belohnung, wie ich jetzt hier zum Beispiel 5125 Münzen. Juhu!